Der Bogen Die No-Shift-In-Haule Joooooo Aber über den Block Gehen die Daten? Der Bogen Achtung Junge, wie spielen die? Warum soll ich ihr entgegenkommen treffen? Weil sie wissen, dass sie verlieren Ja, weil sie schlecht sind Darf sie noch fallen Läuche Jetzt bin ich Rap irgendwann mal Nur jetzt da umgehst, Junge Das wär so schlecht von dir Ich hab einen Herz und keine Blöcke Schlecht von dir Robin Irweg Generell, du musst mal wieder ein bisschen mehr carry'n Alles, mach ich gleich Guck mal Chat und dann zack, dass ich nicht carry Ja, ist nicht so, dass ich die die alle fresh mache Junge, Triss, Alter Noch einer da? Oha, Junge, ich treff grad so gut Wenn man die Ironie nicht versteht Der First-Schicht ist auf 111 Und sie frägt, und sie frägt, kommst du heute noch zu mir nach Hause Juliii Gehen Ich hab überhaupt keine Ehm Ich weiß, ich triff doch ganz gut eigentlich Dann bräuchte ich ja beide Also ob man das nicht schafft, was hab ich für'n Ephorie hier Du kannst eigentlich Alter Rico Rico Rico, das ist nicht deine Runde Egal, hatte eh nichts Hatte nur ne Eil Hatte nur ne Eil Hatte da vor ins Loch gelaufen Jo, pet, alter Er hat grad restarted Griff Was? Kommst du? Ich hol kurz ins Bett Okay Dann mach halt Du hast grad besseres AIM als ich Einhören Ich treffe grad nix Please, 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 please Please, hol dich schnell Hol dich schnell Ja mach, ich geb dir noch nen Rush Bring nach vorne ans Bett Auf das Einhöhere Weißt du, wo er grad ist davor Wenn du es nicht schnell machst, war das zu Stark Hey, ich wollte da oben auf den Turm machen Um den dann unter mir zu ficken Aber ich hab's nicht geschafft RIP Rest in Peace Ich hab einen Vlog da runter gemacht Also, Triss, morgen komm ich nicht ohne Ja Nice Er sagt, er sagt nice Malte, weißt du noch, wo ich in Azuka alles carried hab? Ja Ja Ich schwör, ich war die Stocky-Zocky Ich spiel so schlecht zurzeit Ich muss mal wieder ein bisschen in Form kommen, Alter Pfff Nicht meins Ernst, Junge Hey, Junge Ja Hey Mike, geh mal zu Im Karate-Crew war ich nicht schlecht Ja, und so muss ich wieder werden Ich spiel zurzeit Ich spiel zurzeit einfach nicht ganz gut Also im Sport Halt's Maul So von deinen Calls her So von deinen Calls her Würde man eigentlich denken, dass du krass zu spieler bist Doch, ich könnte jetzt nicht selber Was? Halt's Maul jetzt Halt doch einfach das Maul, Alter Was laberst du euch die ganze Zeit? Ey, was? Ja, du sagst dreimal am Tag, dass du der krasseste bist Und dass du Hä, ich hab das wieder aus dem Gegensatz Ja Dass du die Stocky-Carry bist und so Und dann sagst du immer Ja, ich bin doch Vor allem weil ich ernst Dann sagst du immer Ah ja, ich bin doch so scheiße Ich bin grad so schlecht Und, Alter Schilder einfach mal Sag einfach gar nichts Es bief dich Naja, auch Äh, den ganz trifft Gute Berliner Was? Hast du jetzt mal Bock zu kommen? Ja, klar, ich bin auf dem Weg Hausmeister Guck mal, hi Hi Hast du Flecky? Hi Hast du den Stick? Oh mein Gott, halbes Ja, Moment, wenn man den Bogen abgenommen bekommt Warte, Big GD Big GD Eine nächste Runde für dich, Julian Das war ein Call des Todes 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 Gut zu, gut zu tun gehabt Oh, Ease Du redest von Gangster, echte Berliner Stab wie auf bei der One-Hit Michael's Cut Ey, ich hab so Bock auf Farben in Turnieren, ne? Ich will jetzt einfach anfangen, eigentlich Ich will jetzt einfach anfangen, eigentlich Stür mal so wie Garryth Bane, ja Ja, 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 ja Ey, wer spielt da vielleicht alles mit? Stay high, Digga, stay high Ja, wir bleiben independent Gibt's eigentlich auch mehr Runden am Tag, ne, oder? Ja Keiner von euch hält mich hoch Nein, ich mach immer noch das Ne, ne, wir sind noch Spiel 2 Äh, eh, ja Ja, ja 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 Mike ist Red Cap, vielleicht auf Stärke Ja Ich hab auch einen Red Stärke LOL Eigentlich bin ich nicht Ja, 3 Hitze ist ja Niklas Ja, nein Alter, wie viel Premiums backen Der Rang ist so wie Abzocke Mir wurd's gekauft Weil du einfach der Krasseste bist, würd ich sagen Oh Nur als ob man eh Ey, ich verstehe einfach Leute nicht, die Geld für den Sub ausgeben Ja Wenn man Geld übrig hat, warum nicht? Ja Es hat dann nichts zu tun Doch Nein Wenn man in dein Hobby Geld investiert Ja Ja Wer hätte das gedacht? Mhhh Mir wurd's zwar auf meinem Main gekauft, der jetzt hermer gebannt ist, aber Ja, ich hab ja gesagt, ich spiel ja, hä, ich spiel doch gar nichts mehr Auf eurem Account, James, du Ja, ich bin ja auf meinem Main gebannt, aber ich wurde ja nicht im CW gebannt Hey War nach'm Essen Mach keinen Unterschied Malte Der zahlt's Maul, es wird gesnippter Ey, ich bin auf dem Spiel 2 Wird eh gelöscht Oh, ich bin der einzige Schuhschraube, Mike Ja, also, juck doch keinen Hey, pack jetzt deine 77 Sachen in dein neues Cabra Fahr über die Route 77 und fühl dich BmC, man sieht BmC 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 Oh. Mach direkt rüber. Rüber, rüber. Ne, die sind... Mach doch immer. Du hättest rüberbärmen müssen. Ich wusste, dass wir keine Blöcke mehr haben. Ich hab kein... Ich hab gefehlt. Ich hab keine Blöcke mehr im Internet und bin runtergesprungen. Digga... Oh, Digga, warum labert ihr die ganze Zeit so ne Scheiße, man? Hä? Ich denk... Ja, ich hab da die ganze Zeit drüber gedacht, ja, war das jetzt richtig, Ich hab das jetzt falsch und hab einfach gar nicht mehr auf meine Hotbar geguckt. Ich schwöre, Juli war es so. Hey, ich hab gar nicht gelacht. Wer hat gelacht? Ich hab gelacht wegen dem Typen oben. Ach so. Ich hab hier schon wieder gelacht. Als ob ich hier wirklich lachen würde. Mach doch! Wer stackt sich da auf? Aber trotzdem war das gut rauszuziehen nochmal. Guck, was macht Trikot? Er muss uns im Bow safe bauen. Nein, muss er nicht. Triss, stackt sich auch immer. Er war einfach... Er ist einfach... Er ist einfach abhängig von der Situation, wie es gerade aussieht. Ob man sich stackt oder nicht. Manchmal ist es gut, manchmal nicht. In dem Moment war es glücklich, dass er sich gestackt hat, weil es ein anderes Safe Bauer gibt. Ja, weil ich Safe Bauer war sehr sexy. Ja. Ist doch gut, hä? Ja. Die Rot checkt mich nicht. Oh mein Gott. Die Rot checkt mich nicht. Die Rot checkt mich nicht. Quatsch von hinten aufbauen und die Noten. Rot da. Achtung. BB mir noch. Achtung. Der Bogen kann mich so easy spammen, ne? Aber er hat keinen Elm so richtig. Ich weiß nicht, wer von euch wer ist. Ja. Ja. Den spielen. Micky. Micky ist Chris, oder? Ja. Nein, Micky. Mike. Boat. Boat 2. Boat 3. Achtung. Da baut er noch den Weg. Ja, wenn er fragt. Boat down. Boat down. Nice. Mit Pfeil. Das wird zwei Bögen von deinen Bails. Ja, mach. Wenn Lirax wirklich hält. Soll. Macht einfach trotzdem. Trotzdem, ist doch egal. LoL. Das ist LeLirax. War der nicht in diesem iPlayplay-Clan? Ich hab keine Blöcken. Du, LeLirax eigentlich eine Legende. Die haben schon einen Bogen, aber keinen Pfeil. LeLirax wollte ich eigentlich in Weißen nehmen. Ey Mike, gib ihm das 3 Mod. Er ist ein Legende, aber der Heck. 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 Aber ich hab ihn da nicht geholfen. Nur Alfie. Alfie hat den Bogen im Inf. Ich baue euch die Bails da unten. Alfie wartet aufs Gold. Der hat Aim müssen. Hey, du kannst ja da einfach vorne ran springen, ne? Guck, das war so klar, dass ich es nicht kriege. Ich wusste es genau. Wieso macht das überhaupt? Es war mega knapp. Ja, aber die wissen doch, dass ich da hin will. Ja, das war halt trotzdem knapp. Mike, lass immer einen Namen ausmachen und auf den spammen wir. Mach doch schnell nur auf den oben. Aber wo soll ich hin? Auf den Affie, okay? Er baut einer den Tiefen. Warte, der Sex meister. Warte, der Sex meister. Was soll ich machen? Weißt du was du machen kannst, Juli? Ja, sag. Mach hin, ey. Du siehst da ja diese Wand, die der vor sich gebaut hat, ne? Wenn du da hinten links rüber rüber, ne? Aber richtig vor die Runt. Vor die Runt. Vor die Wand. Unter mir, Jungs. Aber so, dass du noch die Range hast zum Abbau, dann können die da nicht vorbei so schnell. Weißt du, wie ich mein? Na, weiß er nicht. In der Mitte der Wand. 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 was zu essen hab. Macht dir Faxen, macht es rar für die Gang, ja, haben die Bullen dich am Arsch für die Gang, ja, besser wenn du dir nichts sagst für die Gang, ja, denn mein Anwalt, ja, denn wer hat was geschrieben? Wer schreibt was? Juli. Meme. Warum hab ich das nur getan, sie trauern jetzt an deinem Rat, ich hatte keine andere Wahl, ja, ohne Witz, wann macht Luma echt mal den Bio weiter? Alter. Ich würde da Platz nehmen, ja. Ich finde ja Haus Moistus auch fresh, der Name. Haus Moistus, Rico macht den Blick. Der Sound muted. Dress. Dress gönnt sich gerade, bitte frappig. Hey Mike, jetzt geben wir mal Spaß zu machen. Ja, ohne den Kickstopp zockt hätte ich nicht bekommen. Mike, give me please remote. EVE Nein, bitte nicht der. Nicht, dass nicht der ist Paralyzed, oder? Doch, ist es. Ich mach dich mal picky. Die Frage ist halt, dass die Top Ten waren gut sind, aber hundertste. Wir bauen gleiche Seite raus. Dir? Mhm. Okay, dann nimm ähm 28, nimm 30, nimm 30, 30. Hab jetzt 29. Okay, passt. Oh, blöde ich die kaputt. Oder hat die rausgebaut, oder? Ich weiß es nicht. Ja, wenn die rausgebaut haben, hab ich richtig gebaut. Wir waren auf eine Linie. Okay. Ja, passt weg. Na, ihr denken Kinder? Ich hab gehört, die bauen so übel raus von hinten. Nööööp. Dann wär das jetzt gepasst. Wann kriegst du 9? Okay, hinten passt. Ich bin wieder... Nein, ich geh quitten. Ich bin wieder runtergesprungen, Jungs. Ja, dann geh hoch. Mach keine Rottings. Hä, wollt ihr's mir eigentlich? Sagt's mir einfach nixmal, okay? Ich auch, ich bin so dumm. Alter, Mann. So Kernbehindert kann man doch gar nicht sein. Ja, gefällt. Da rüber wieder. Äh... Rüber. Und stomp den. Achtung, der wird durchlaufen vielleicht. Leiter, 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 Leiter. Soll ich trotzdem stompen? Hab einen. Der ist dick und ist an der Leiter. Ist doch gar nicht. Ich bin stream-moderator. Leiter. Der steckt sich unter mir. Ich tu so. Ja, ich muss dich stompen und ich krieg kein Nock. Ich brauche ein Gold, ich brauche ein Gold. Ich hab kein Gold. Bin tot. Es ist 1,40. Jetzt hab ich, jetzt hab ich. Ich hab Küffer Furia auch. Noch ein bisschen Post und hier ein Eisen für dich. Ja, ich muss dich stompen. Er hat sich unter mich gestellt und Nock kriegt ja auch keinen. Einer fragt, was halten... Also was wir von Ratogia halten. Ecken. Ja, wenn du da hast, du hier... Ist eh einer aus Ratogia. 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 Ja, ist es auch. Oh, die Hecken. Mike, ich kann's dir... Wenn wir gleich Save oben haben, kann ich's dir erklären, wie's geht. Ja, ich guck Chat, ich mach... Mike, tu Maschine, wo bist du? Ah, mit Combo. Trott ist über euch, ne? Ich versuch's zu spammen. Warte kurz. Der ist One Shot. Müsst hier nur noch aufs Aim-On-Point sein, oder? Hab getroffen. Also. Der läuft zu hin und her, der Bass, ne? Mike, dich hört man nicht. Ich hört man nicht. Achtung, oh ja, er ist bloß beim... Boah, teile Mann, ich hätte es überlebt... Baut wieder so'n Weg dann durch. Baut wieder so'n Weg dann durch. Baut wieder so'n Weg dann durch. Ich war alleine oben, ihr wart halt nicht bei mir. Soll ich den T-Shot ziehen? Nee, weiß, du kannst noch hochgehen. Nein, baut den T-Shot. Der kommt runter, One Stack. Ja klar, Mike zieh... Der hat's hier unten. Achtung, Leute, One Stack. Achtung, einer läuft drüber. Ist nicht da im Bett. Hinten drauf. Der ist low. Ja, ich geh ja. Einer kommt zu dir, Combo. Also, ob wir keinen Basebogen machen können. Ich glaube einer. Gib mal. Und baut den T-Shot schnell. Mit 2 auf 2 in Cracks. Ich zieg ihr Rüster, oder? Oh, wir sind zu zweit. Wo kommen die? One Stack. Äh, zwei, sieben, One Stack zusammen und gehen auf Combo. Schön, Combo. Achtung, MLG und... Er ist auf die Badezie... Er hat einen Hit unten. Ich war halt auf 2 Herz, deswegen... Und noch ein Shot. Noch ein Shot. Er hat drei Shots unten. Kack, Alter. Ich hab mal aus dem Gluten. Zeitpaste... Zeitpaste wird gezogen, Jungs. Verkackt, ja. Firefox mit dem ich in Cracks weiter geht hoch. Jungs, baut erst Schicht aus. Ja, ich war alleine erst gerade. Jungs, jetzt baut TNT-Shirts. Mike muss nur unten ziehen, bis die werfen können. Bis wir werfen können und dann TNT. Ich gucke. Ich weiß nicht, dass es Combo macht, aber der ist irgendwie ein Monster Stack. Ach so, Combo, bleibt von einer zu. Ey, ich carry hier auch. Ja, unten könnt ihr... Noch nicht werfen, vier Blöcke. Ja. Ja, wir tränzen Wappfum. Ja, ihr könnt seid ja auch zwei höher, also. Microphone muted. Eine Monster Stack, ne, Jungs. Echt? Ja. Der ist One Shot. Der ist nicht mehr. Wohl. Ey, warum gehst du jetzt schon wieder One Stack hoch? Weil die nichts machen können. Ja, wir haben null TNT-Shirts, Riko. Warte. Der Bogen steht da. Ich zieh trotzdem jetzt in die Höhe, sonst kommen wir in die voran. Nach der so viel TNT... Äh, schaffe ich. Nach Mal... Nach dem Tod baue ich den T-Shirts. Okay. Warte kurz. Juli. Was? Erstmal Igel gefällt. Ey, dein Zeitpist ist asozial scheiße. Malte, bitte bau doch einfach einer mit Juli den T-Shirts. Ja, einer von euch beiden... Ja, warte. Die können nichts machen. Guck doch mal, was ich gerade mache, Digga. Hä, was für die können nichts machen? Michael... Och, die können nicht rushen. Ey, die bauen gleich nur P-Weg und... Kloppen sechs Schafe rein und wir haben zu wenig Schicht immer nur einen gebaut. Ja, meinst du. Meinst du. Was? Sagst du. Sagst du. Nein, man hört sich immer noch nicht, Mike. Äh. Nein, bei mir ist der Michael. Ich schaff mal jemand, ob ich nach vorne eins wegmachen kann oder ob man vorne vorbeidroppen kann. Hab ich. Du musst die erste Schicht noch einen weiter vormachen. Nein, die erste Schicht, die erste Schicht, weil sonst kann man doch noch auf'n Knockschutz sein. OP-Weg wird gezogen. Und jetzt kommen sie nämlich mit zuviel Schafe. Unten MLG geschafft. Nein. Oder auch nicht. Wir sind unten nicht. Die können noch in die Base machen. Du, mal die Chest. Nimm's Gott lieber ins Info anstatt dass du in der Chest zu... Ich seh's. Jungs, erstens gleich MLG und zweitens die können in die Base machen, ne? Jungs, baut es so aus, dass sie nicht in die Base machen können. Äh, nein, doch. Haben sie keinen Base-Def. Das ist ein HVQ, aber in der Base. Der macht keinen Base-Def. Guck, dass die nicht in unsere Base reinkleiden können. Ja, das macht jemand anderes. Ich baue hier noch... MLG, unten. Hä? Der will von eurer Base wegblieben. Der hat drei Shots unten, ne? Loi. Ey, ihr könnt jetzt werfen auch ohne Rettungs-Klopfer. Ohne Rettungs-Klopfer. Ohne Rettungs-Klopfer. Ohne Rettungs-Klopfer. Der hat einen nachher er hätte ich ja klar nachdem hat der erste dann haben die Baumgarten wenn es ein ist so dumm in der Anfangsphase hat man da und Beko Pushtraut und mannig er hat sich dort Es hält die gut aus. Einer geht jetzt wieder unten schieben. Vor allem, ich krieg den durch. Wir machen. Ey, Rico, stack dich, Mann. Ey, wisst ihr, wie lag sie letztens gegen uns oben gepusht hat? Das wär ich ja auch. Ich mach's ja auch die ganze Zeit. Einer MLG unten. Unten MLG, glaube ich. Der lag. Ey, wie denn? Der Timed, der Timed, schieß ihn nicht ab, schieß ihn nicht ab. Doch, schieß ihn erst recht ab. Das ist der Timed. Ja, sehr schön. Einer schreibt. Einer schreibt im Speck Chat, Flyhacks. Flyhacks, Mois. Lebt ihr unten noch? Nein, ja, gar nicht. Das hat's gar nicht unten hingeschafft. Achso. Achte aktive Zuschauer haben wir, Mann. Ich hab Booty, Speck. Äh, ja. Ich soll alle benutzen von Booty. Echt? Ja. Hey, wir haben jetzt Booty. Nicht auch. Grüße, Booty. Grüße, Grüße. Jungs, ich brauch ein Eisen, bitte. Ich brauch Brossi. In der Chest ist doch ein Eisen. Ich hab jetzt auch eins. Also, Leute, man hört... Mal, du die erste Schicht fertig. Äh, one sec ist kein. Doch, der Bauter hat keinen. Äh, ohne Witz. Es ist gut, was ich mache. Ohne Witz. Sonst würde ich's ja nicht machen. Ohne Witz. Jo, der Bogen. Also, man hört den nicht, der streamt und, äh, Grüße von Mike und allen anderen anderen zu retten. Ey, gib mir jetzt mal bitte Blöcke, ich brauch viele. Und, er streamt Mike, Booty. Ey, ey, ey. Lass mal FDNT-Schutz hochstecken Ey, Kombo, wenn du die ganze Zeit down gehst, dann bringt's nix Geht doch nicht, das war das vierte Mal Ey, da rumliegen Schaf aufm OP-Weg Ich steck mich jetzt hoch Lass kommen wir mal kurz weg, Jungs Lass kommen wir mal kurz mal machen Wie viele Schichten habt ihr? Ah, okay, ja, okay, zwei Schichten Was für zwei, wieso zwei? Egal Die schliefen zu zweit in 1-2-6 Mach dir einen Bogen Hat er schon Warte, ich Lass Rico probieren, die da noch einmal zu holen und dann muss er mit hin, T-Shot Da, wo die gerade schliefen, müssen sie sicher safe bauen, weil ich die spamm Das heißt, die bauen wieder Blöcke für dich hin Ja, der Bogen hat halt so einen Firefoxchen Er brucht deine runter, Kombo Wo ist der? Über mir Ja, zehn Blöcke über dir Er hat einen Shot 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 Bantick Noch einen Shot Warte Okay, ich, man lohnt sich nicht Ich steck mich jetzt auf den OP-Weg Wirst du nicht Einer auf Yakuza Lol Ja, die haben halt Action nicht OBS, deswegen hört man sie nicht Sonst würde man sie hören Doch, doch Nur dich nicht Und der hat keiner geschrieben Dein Bogen auf der Bobbi ist One Shot Ey Jungs, mach mal kurz an der Base Der will ich gegen uns oben haben mit dem Bogen auf dem TNT-Shot Ups Ja, okay, hier Ich habe ihn du lieggetraut Warum darf ich eigentlich keinen TS3-Roporter mehr? User, join your channel Warum solltest du? Ja, konnte ich move Ich bleib erstmal ein bisschen für Sex, Gott, Xavi, möchte dein Freund sein Mike Der ist aus ESLM ESLM Äh, von Boti soll ich dir sagen Mike, vielleicht hast du dein Mikrofon in Action gemutet Ja, aber dann Ja, wo die Wo ändert man das? Wo streamst du? Amnesty. Amnesty BW Und der eine hat eben gefragt Wer auch immer was streamen Ich glaube, man hört Ich nicht, oder? Ja, richtig Und dann hat der andere geschrieben Ja, das schafft niemand außer Amnesty Da hört man nie den streamen Ja Oh, drei Äh, einer ist jetzt OP-Weg, Jungs Full Equip Hi, BadRoss-Supporter Macht mal EC wieder auf den TNT-Schutz, Mike Oder das habt ihr nochmal gemacht? Also der oben Wenn ihr den oben habt, der ist scharfe Macht eine EC oben auf den TNT-Schutz Baut dich safe Weiter ist OP-Weg Rico, baut dich safe Ich habe nicht mehr viele Blöcke Ich komme nicht mehr bis oben Können wir den nicht runterschießen oben? Schön, Rico Ich bin auf 10 Achtung Ja, oben ist einer Ich komme mit welchem Pack Ja, wir sind oben Mit dem Ich komme jetzt da hinten mit dem Bow, oder? Gib mal Blöcke schnell, Juli, doch Blöcke runter Nach unten, nach unten, hier Mach mal einfach Blöcke schnell Dann nicht Gib mir Blöcke Juni, der macht gleich scharfe, du Bimmelkopf Scharfe, lass mich doch nach oben stacken Der kann auch in die Base machen, ne? Ich glaube, der macht ja die Base Er macht keine Scharfe Jo, rip me, nicht scherz Er hat einen Block höher Michael, in Spawner, in Spawner Doch Doch, das geht Das geht Vor der Blöcke hin Nein, nein, ein Bett Okay, das geht doch Aber das geht, man Das geht Es wäre gegangen, hätte er einen TNT mehr Ne, wäre da kein Eisenblock gewesen Ja, genau, eben hätte er einen TNT mehr Ist einer auf dem OP-Weg? Nein Weil, der an TNT schon falsch ist Nein, der war, das TNT war gar nicht in Spawner Nein, oh mein Gott Das war ein Hintern Spawner Deswegen Ich bin mit dem Bow tot Nein Du bist im Bow Ich war mir eigentlich so safe, dass ich an die Leiter dran komme Der hat den Pot gerade in der Hand, der Käfer Kevin Nein Nein, oder? Alsjeblieb Das ist alsjeblieb Was? Nein, warum? Ich kann auf dem Handy Ich habe Handy neben mir Bodhi hat geschrieben Wer weiß es nicht Weil er hat auch OBS Achtung, oben spielt einer den Weg, ne? Ich will, das deckt sich da, das ist gut Ich will, das deckt sich da, das ist gut Ich will, das deckt sich da, das ist gut Ich will, das deckt sich für dich Nice Er hat dein Konto vollendet Er hat dein Konto vollendet Einer geht Bow, der jetzt passt auf, der kann irgendwas machen für dich Kann sein, dass die LZP, äh ne, ja mal TNT macht Ja, trotzdem Ja, ne C, der Bow Hey, da, ich hab so'n Ding für dich So'n string Da kriegen die so Blindness Nein Doch Doch Er, Leo hat geschrieben Hallo meine Base Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn Hallo von uns allen Ich komme wo Vollendet 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 Wie viel? Ne Der Leo, du Schlawiner, alter Du hast schon übel lang nicht mehr online Was du von der Picke? Äh, und, äh, Cody hat geschrieben Ey, Leo, Leo, bist du eigentlich schon auf dem Zug oder so? Zu Blöcke Musst du, musst du schon irgendwie so zittern, weil du kein Minecraft mehr spielen kannst Hehehe Mein Action nimmt zu wenig vom Build auf, aber das weißt du ja Wir haben übrigens keinen Anti-Spawn-Trap Hab die EC Nice Ich mag die ECs da, ne? Schnell, schieß' ein Omega-Tipp Da braucht das einer, ne? Noch Niko Uff Du kommst Ich bin mal unsere EC vollständig, gell? Äh, was glaube ich? Unsere erste Oh, die ist ein Non-Equip und gleich ist ein Full-Equip nach oben Jaja Ey, der ist Low-Dlow, ich hab den zwei Hits oder so gegeben Ja, ja, ich hab keine Ressourcen Wo bist du, Mike? Könntet ihr nicht eigentlich viele Schafe machen? Nö Ey, man kann nie Schafe machen, wenn man Base hat Was? Achtung! 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 Die haben TNT gemacht! Das einzigste, was dagegen spricht, ist, dass sie grad TNT gemacht haben und ein Base-Dev haben ich weiß weiß Leo schon dass Niklas nicht mehr im Klären ist ne ne bestimmt nicht ne Niklas wurde gekickt heute aber jetzt endgültig wo ist der Bo eigentlich und er wurde gekickt weil sich Maiko nicht einfach nicht mit ihm verstehen oder nicht mehr mit ihm verstehen ist gut dass du ihn triffst aber ich hätte ihn down ich hab die Hände Bobo ist direkt geballt Co-wrap noch oder? Ich hab zwei Herzen. Sag mal, dass ich den Staff aus der EC legen soll. Er baut deren EC ab. Er hat sie bekommen, Alter. Weil, weil spielt Juli bei euch. Leo, Niklas ist nicht gelieft, er wird gekickt. Die sind nur unten. Nein, das hat er auch gar nicht gefragt. Doch, er hat in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Er wurde zurückgebracht. Ich kann nichts machen. Juli ist bei uns im Clan, deswegen spielt er. Sonst würde er ja nicht spielen, bitte. Ich bin halt unten geblieben. Mach doch alleine TNT. Ja. Ich komme. DC, er, DC. Als ob ich umsonst unten spiele. Egal. Er baut die EC wieder. Er schließt eh kein Bogen unten. Aber, ne doch jetzt. Wir. Er hat Mike unten nicht gesparen, deswegen hat er unten 100 Blöcke gezogen. Alles auf die EC raus. Alles auf die EC raus. Er hat den Bogen, Mike. Wieso bist du rauf? Hast du auch TNT im Inf? Ist Juli, lol. Ist Juli nicht mehr oben? Doch. Jetzt ist er oben, aber ein Bogen steht vor seiner Fresse. Ich hab die EC aufgebaut und war jetzt OP weg. Dann tu TNT rein. Alles ist wieder drin. War rüber. Hä, Boti, warum bist du jetzt online? Mein Chat. Der ist mein Chat. LOL. Ich hab grad übeles... Nein. Hab die leckten. Ich hab das schon mal erlebt, was ich gerade erleb. Weiß nicht, dass ich hier oben stehe. Dass zock zock den Chat schreibt. Unten durch, Junge. Unten, unten. Ich weiß nicht warum, aber ich hab das schon mal erlebt. Also, so, keine Ahnung irgendwie. Ist voll komisch gerade. Was? Kennt ihr das nicht? Doch, gar nicht. Ähm, Blöcke sind doch schon drin. Sind schon länger, längst drin. Die waren schon drin. Ja, was ist Triss? Egal. Äh, Mikey? Pack hat nur ein Deja Vu gehabt. Mir schreibt jemand mal, kennst du ein Pack, wo die blöckigste grün umrandet sind? Ja, schreibt MSV4. Ja. Achtung, unten. Kombo. Äh, Fabi irgendwie 3, auch 3i. Fabi aus, äh, der aus Spammer, ne? Der ist aus Karate Crew, ne? Nein. Ich schreib Triss. Ha! Wisst ihr, was Niklas geschrieben hat auf Twitter? Er ist geläftet. Doch. Soll ich auf Amnesty warte? Ich post jetzt auf Amnesty Twitter den Postkills, haben wir heute Niklas gekickt und so, okay? Achtung, Achtung, hallo, wer ist da oben, hallo, oben? Wir haben eine Leppen. Kannst du den nocken? Knock den, hallo! Hattung, hinter euch! Ja. Ist der Low? Wenn ihr den habt, dann habt ihr einen EC, habt ihr einen EC. Gut, dann müsst ihr, äh... Ja, okay, komm. Der läuft durch, er macht Amnesty, glaub ich. Lass den Amnesty machen. Echt? Ja, gleich. Ich hab das Op weg. Der hat nur Holzpicke, der hat nur Holzpicke, Triss Der trifft auch den Weg Soll ich schreiben? Ja, hab ich schon, was soll ich denn reinpacken? Was? Ey, soll ich auf Twitter schreiben? Ja, mach ich Soll ich auf Twitter schreiben? Gründe bleiben intern für seinen Kick Ja Ich mache auch noch ein paar Blöcke Ich mache, ich nehme Schauf mit Über euch, ne? Ja, wir müssen schnell machen, schnell Hä? Ich habe geschrieben, weil Mike und Triss sich nicht Nicht Hat nicht mit ihm verstehen und keinen Bock auf jeden Tag Beef haben So hat es mir Triss So hat es mir Triss erklärt Komm nur ein Also Äh Ja, müsste es reichen, wenn der Schafgut kommt, ja Was ist es? Was ist da die Schicht? Nein, es ist da irgendwie nicht Äh, 116 Hä, warum? Lass es doch laufen Nein, lauf runter, bitte Oh, das reicht nicht Doch, doch, an der einen Koordinaten schon Jetzt nicht mehr Ich hole nochmal Schafgut, Schafgut bitte, Triss Unten Bitte Was? Schafgut Wir können keinen Schafgut machen, warten Warum? Ich guck nochmal Unten, Jungs Mach doch mobile Ich bin auch da, ne? Was ist oberen? Was ist oberste? Was ist oberste? Oberste Ich leg gleich 3 Schiebs rein Oberste Ich hab die EC aus 3 Schiebs sind drin Jodi, 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 Jodi Ich hab keine EC Hier, hier Welche Höhe? Mach doch Schaf, mach Schaf Welche Höhe? Double Whap, Double Whap Oh mein Gott, Alter Hey, habt ihr das TNT verkackt? Nein Nein Noch ein TNT ist in der EC, ne? Ja, noch ein TNT Flying Rap Die haben keine EC oben, weil die runtergefallen ist Dann nehmen wir jetzt eine EC Und wo ist das andere TNT? Das ist aus der EC, ne? Das ist ein Flying Rap Leute, Fabi, schreibt mir I think I leave the clown Hey Jungs Wo ist das TNT? Oh, Alter Ich nehme mir noch eine EC mit, oder? Oh, Junge Ich hab's aber gesagt Es wurde doch Egal Gut gecalled, dass bei dir einer ist Egal Ja, scheiß drauf Ich hab wieder gar nichts Ich wollte dir gesagt, dass du mit runterrennen sollst Weil keiner da war Unten down Haben die nicht safe chased? Hallo Was? Haben die nicht safe? Kann ich dir nicht sagen, ne? Doch, haben sie Nein, doch haben sie Und eine, nein, sie haben zwei Einer ist der Schiss Wer ist auf den T-Schutz? Oh, mein Oberste Schicht 120 Jo, ich hab gebackt Ich hab gebackt Ich hab gebackt Sekundenleck Das Spiel ist einfach wieder gut aus, bitte Ohne Ressourcen Wenn du mir alles weg Malta Oh, das ruf meine Mama an Guck mal Stream Ich hab jetzt mein Mikrofon, das aktiviert Ich bin behindert, Alter Er wundert sich, warum man nix sagt Und dann hat sein Mikrofon gemütet Nein, nicht ich Im Stream haben die mich nicht gehört Ja, das meinte ich Ja, drei Schafe und ein TNT bringen uns nix Fünf Schafe Ja, wir haben schon wieder fünf Schichten Egal, mit einer guten Bombe mach ich die alle weg Warte, ich kann, warte, ich kann, ähm, noch ein TNT-Zierer Nein, mach mal nicht so viel TNT Wieso kann ich Und sechs Schafe sind drin Durchmachen Wenn du, wenn du die Schafe gut sind Noch ein Schafes drin Ich kann gleich noch ein Schafes machen, Juli Ich brauche Angst Warte, noch ein Weißt du, wie eine Schafung beginnt? Ja, ja, ich kann Malte Ja, es ist noch nicht mehr kritisiert Achtung, unten kommt eine Rekord Aber kommt Ja, jetzt hat man durch Perfekt Der probiert auszukonten Und ein Full Equip Ja, wegen mir Nee, das ging nicht viel Kasse Schicht weg Chris, übrigens, sie sind unten bei minus 10 Äh, lass nach Morbel machen, Juli Ja, wo bist du? Ne, 10 DC Hey, man, wieso hab ich die Blöck auf 3? Und, hm Welche, äh, malte Welche Höhe ist die Leiter unter mir? Genau, unter mir Die Leiter Nein, Triss Spreng, Spreng Macht der Typ Es bringt demnächst, da kann er nicht hochgehen Nein, lass doch den Ah, es kann ich hier dabei Nein Äh, wegen Mobile Ich habe ja einen Obereich nicht Zwei haben wir Mit drei Müsse machen Nein, zwei Reichen Ich habe das Bett gesehen Das ist nur Sensor Nicht immer, aber auch Ja, meistens Wenn die, also, wenn die Gegner haben, dann halte ich immer, wenn man die richtigen Konferen hat Wenn man es ins Vorder macht Ja, oder halt neben dem Bett, an den Seiten, aber nicht ganz oben Ja, Riko, geh hoch, dann kann man das, dann kannst du das hier in 10 mal Komm Wir können uns hier reinmachen, ne Aber ich komme Haben wir keine 10 hier oben? Bin zu dritt und dann Soll ich das sehen, die machen? Nein, das klappt nicht Ich mach auf ihn auch mal Auch Junge Hä? Du hast 5 Löcke hochgesagt Doch, er ist 5 Ja, was, ja, aber er ist gesprungen bei 5 Löcken kannst du nicht gehen, du euer Kopf Nein, er ist gesprungen und da hat er dann eine Blöcke gesprungen Wenn er gegen den Tau springt und du vorne stehst, geht es schon Nein, geht es nicht Loll, hast du nicht gesehen? Ja, okay, das war Der lag, der lag Nein, der lag Nein, das war, das war, das war kein lag Das war kein lag Der war nur für zu, Gott Jetzt geht einer One-Stack hoch Geht One-Stack hoch Alles aus der Zähne Haben wir kein Bogen oben? Alles aus der Zähne, alles aus der Zähne Nee, wir haben keinen Bogen oben Achso Okay, vielleicht blüht gerade unsere erste Schicht Nein, wir machen das TNT Dicke, können wir kommen auf der Zähne Wir haben eh Goldnachteil Packt eine EC in die EC-Tress Oder wir machen TNT auf dem Police-Chest Lass einfach Dinge uns machen, jetzt mobile Jetzt hab wir eine zweite Zuschauer haben Hey Jungs, push mal, reach it, lass alle aufs Twitter von Rico Er hat sich nicht getweetet Ach, ich hab keinen markiert Fettzeug Kommt Dämon Wo ist nur unser EC? Unter dir zwei, ne? Auf OP-Weg Äh, Rico hat eine Blacke gegeben Riko, gib mal Blacke Riko, Riko Blacke Warte mal Danke Ich häng dir mein Blacke Warte, bleib da, bleib da Ja, wer Bin auch 140 Was ist die erste? Ne, geh, steck Ja, ach ne Steck dich mal ein bisschen, steck dich mal ein bisschen, steck dich mal ein bisschen einfach Ja, wie weit, ich hab keine Blöcke mehr Stop, stop, stop Laufen, von da laufen Von da sicher laufen Ja Warte, hinter dir Hinter dir, der ist man nicht Pack scharf, jetzt sieht raus Bleib da, bleib da Der andere von oben kommt dir nicht hinterher Noch den nächsten, der hochkommt und geht dann noch besser Ja, noch zwei Schlaufe rein, macht ja Ja, pack Ja, pack Pack einschel Ja, ich war noch Lauf am Abend Mach noch nix, mach noch nix, meinst du mal die Schafe Wie kontert man nicht aus? Wir fangen jetzt an, ein bisschen auszukontak, glaube ich Jetzt Ja, jetzt Die kommt gut, ja Ja, es waren zwei Schafe ausgekontert, aber Schafe waren trotzdem gut Reichen vier TNT? Was? Vier TNT reichen, nein, 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 die haben noch drei Schichten Halt's schraub Mit der ersten Ball Die haben noch drei Schichten Und haben Mobile Schuss und der Pack E10 in die Cetris Und crafte schon mal zwei TNT Haben wir die Mobile Schuss haben? Ja, haben dann drei, dann haben wir pack drei rein An dem kann man zeitlich vorbei droppen Welches oberste? Die der Gart baut Ja, der Gart, äh, 132 Ist das drin, ne? Hapin Hä? Wir müssen's nicht noch nix Wenn ihr noch Leute bekommt, könnt ihr zu dritten Mobile holen Alles Das hättet ihr Auf für Händel hier Mike 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 Ihr könnt jetzt dritten Mobile machen Komm, du musst noch drauf drauf, August, auf August Ich muss mich schenken, pack alles rein Hast du es antwortet? Ja Okay ich habe die themen jungs julie julie was machst du denn alter juli ja aber dann triss man wenn da zwei leute kommen ich habe zu ihm gesagt ich habe zu ihm gesagt es soll freibohren ja das reichst du kacke was ist seine mutter ist im zimmer würde ich schon sagen ja zwei seine range der sieht man sieht die das wenn er keine jungs von die haben die ec auf unserem tt schutz den krieg ich aber habe ihn bitte julien nehmt die basic ab dann rush mit combo und mike ja okay i rush hey julie halt auf das bed ich hab das bed freigebaut ja er war doch auf mich abgelehnt oder hat sich der andere geschlagen er hat sich gekocht so bin wieder da ja moin was ja moin er baut die c's über dem anti-speaker an überall gras in meinem zimmer zuviel 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 gras der mein ich könnte sie jetzt juli juli kuh war das absolut schlecht juli 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 ja juli 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 15 juli 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 tec in juli juli vier bogen auf die seite stellen haben wir oben und die können hat die stärke probiert nein und einmal wurde mike doch unter verstärken kommt von unten die haben keinen richtigen antispont wird der hat eine kiste vergessen das heißt ihr müsst um die in sport zu setzen 1 cent und ein endstone abbauen und nur absetzen ja aber ja ich sag ja nun komm uns mal wenn ich ein bisschen ähm dings blieben wo seid denn ihr wenn der base def noch kriegen würde dann wärs ja noch lit aber der kriegt ja gar nix ja nur weil wir jetzt sagten dass wir immer auf fett gehen brauchst du nicht die ganze Zeit auf fett gehen ne chill er geht doch ja nein ich sag nur weil sonst ist voll durcheinander komm hoch komm hoch Triss unter dir ich bin ausgetabt Triss perfekten moment abwarten da kann man nicht absprechen ja aber das sagt wenig dass du drauf gehst und da kommt wieder einer unter uns zwei jetzt ist einer alleine wir machen das gleiche wie die ich setz den base gut idee klappt auf ja aber ich war doch auch immer die und bei dem hier haben die da gibt es irgendwie da habe ich in der wochen vorliegen und in der feste ab aber ich habe er da da 3 Lass dir doch Knocken, Triss! Ja, ja. Herbert Triss! Ja, komm, 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 komm! Komm, Hilfe, Hilfe! Ja, komm noch später, bitte! Du sagst, du sagst, geh auf Knocken und dann gehst du auf Schaden und schlagst dich drauf. Einer Star? Warte, wer auch immer erstes Schiff ist, der... Hä? Die anderen zwei gehen nicht auf dich! Jetzt kommen die runter, jetzt kommen die runter. Der Hausmeister ist auf dem Mond weg. Wir waren aber unlucky. Über mir, Mäus. Achtung! Die sind beide pink-blown, ne, weil die runter sind. Ja, ich auch. Me too, mate! Royage! Hey, komm, wartest du eben nicht noch einen roten Skin? Was hab ich? Hattest du nicht eben noch einen roten Skin? Wo ist der andere, jung? Wo ist der andere? Ein ganz roter, dachte ich, hä? Ne, da war der Kopf rot auf Tab. Ja. Ja. Wo ist'n Malte eigentlich? Hallo? Was? Ich hab hier sechs Raps, ne? Also ich will ja dafür, dass wir den ablehnen, Malte. Malte ist ein Jude. Drauf gehen. Ja, drauf. Ne, 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 ne. Da sind zwei von der Grip. Wir haben eh keinen Support für Bogen. Ja. Ich bin auch da jetzt, Jungs. Der dritte kommt auch hoch. So, ich seid der mit die Machen hinten hoch? Ich bin auch da, Jungs. Was ist das erste Schicht? Einer ist auf der ersten. Ja, aber der geht jetzt hoch, oder? Jungs, wir sind zu dritter. Wie können sie baddern? Weite Schicht, Weite Schicht. Was ist die erste? Was ist die erste? Mach, mach, oder? Soll ich jetzt? Ja, mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt. Nein, da ist jemand der erste. Da ist jemand der erste. Achtung, Rico. Kommt, Jungs. Kommt, Hilfe. Ja, Junge. Ja, es ist so dumm. Ja, warum dumm, wenn wir sie nocken können und dann auf Schaden gehen, Alter. Ja, wow, trotzdem ganz viel Schienen, Alter. Schöne doch mal, Alter. Was habt ihr für Autismus? Ja, es fackt einfach ab, dass ich die ganze Zeit alleine draufgehe. Jetzt komm mal runter, Mann. Du bist gesprungen, Rico. Wenn du dich die ganze Zeit aufwegst, dann bringt das gar nichts. Du bist gesprungen und nicht gelaufen. Welche Höhe war ich denn? Welche Höhe war ich denn? Jetzt laufen müssen. Soll wir einfach jetzt einen Bogen hochstellen? Das bringt doch nichts. Guckt auf die Zeit, Digga. Dann spar scharfe, Juli. Dann machen wir Wermis-Taktik bei 55. Minute oder so. Warum redet es Juli seit einer Stunde gefühlt? Wermis-Taktik-Haut heraus. Wieso geht ihr so ein Umweg, Triss? Wir haben die auch beide gemacht, Triss. Was? Wir beide haben die auch gemacht, Triss. 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 Wie gehst du jetzt eigentlich schon einen Umweg? Wohl gibt's denn einen besseren Weg. Ja, One-Stack. Äh, Kombo. Null. Was? Ja. Ich hätte eine Idee, wo ihr einen LG machen könnt, wo ihr das vielleicht nicht checken. Ich weiß nicht, was es genau für eine Pauke ist. Unter dir, Kombo. Nein. Das ist. Alter Kombo, du hast so reingelackt. Es minus 61, Alter. Tschüss. Ach, der Typ. Ich hab keinen De-hackt. De-hackt eh. Das kann ich jetzt schon sagen. Du hast gelackt. Ich hab nicht gelackt. Ich lege nicht. Ich hab 10 MS. Probiert das gleich mal. Was? MLG bei 11 und minus 61. Uuuuh. Und dann da ein bisschen steaken. Und dann später im Base-Defin. Wenn die das nicht checken, dann kriegst du die safe. Ja, die haben keine Specs. Ja, klar haben die Specs. Aber vielleicht gucken die Specs mal gerade auf die anderen. Vielleicht machen zwei erste Schicht und du machst kurz dahinter. Und dann kommt das ein Block neben der ersten. Trotzdem. Was war die Taktik denn? 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 Was ist die Taktik? Die zwei machen die erste. Die zwei machen die erste. Die zwei machen die Kord, die ich gerade gesagt hab. Und dann äh, sterbt ihr irgendwie. Also probiert hat so lange zu tanken wie es geht. Der eine der auf die Kord gemacht hat, es liegt die ganze Zeit. Und wenn ihr alle tot hat, geht der drauf und probiert, Chests zu looten oder Bett abzubauen. Wieso machen wir nicht TNT auf die Chests, Jungs? Ich lass mal try'n. Hey Jungs, TNT auf die Chests, Triss. Das hat schon eigentlich... Zwei TNT auf die Chests. Zwei TNT auf die Chests. Triss. Triss. Die werden's Gold einsammeln. Die werden's Gold einsammeln. Nein, zwei auf erste Schicht und ich mach TNT von oben. Die werden sich wegstellen. Ist halt so. In Zukunft Jungs, Übersicht, aber dem nicht so viel mehr... Wissen Sie was wir auch noch machen können in solchen Situationen? Dem nicht viel mehr Gold ist, oder? Der müsste dir energy machen wenn der das Problem hat. Bei den auf TNT-Schutz. Die sind ganz oben auf einer Koordinate runter. Komplett bis unten. Und dann mach ein ja. Ja ich. Das hat der lag. als ob der leckt wir haben null gold mehr als wir lol ich seh's mit 8 gold tryen dein gold wegzukriegen wenn wir eh gleich viel gold haben wir das fehlen haben wir weniger gold oh beleidig ich hab nicht einmal beleidigt den nimmst bw wer ein amnesty eingibt findet man nicht bei euren kanal amnesty clan oder amnesty bw was jungs die sind auf dem weg die sind auf dem weg die sind auf dem weg wo bist du denn kommen auf dem weg hier oben auf dem weg das wäre 100 also der w w